Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man beim Motorola Moto G60s die SIM-Karte einsetzen kann. Okay, dafür brauchen wir neben dem Telefon den sogenannten PIN und den finden wir in der Box. Da gibt es nämlich noch eine zweite Box und zwar dieses Pappteil hier, was unter dem Telefon war und da drin befinden sich einige Anleitungen und mit dem Mann haben wir hier diesen PIN in dem Kärtchen. Okay, ich packe das mal weg hier. Einfach falten, rausziehen, ganz simpel oder man kann natürlich alternativ auch immer die Spitze der guten alten Büroklammer verwenden. Als nächstes müssen wir erstmal die Schutzhülle entfernen, die Motorola großzügigerweise mitgegeben hat. So, am besten über die Ecken wegziehen. Machen wir nachher natürlich wieder drauf. So, und wenn wir das Telefon jetzt so haben, finden wir auf der Seite den SIM-Kartenhalter und unter dem SIM-Kartenhalter ist dann ein kleines Loch und jetzt kommt die Spitze des PINs oder der Büroklammer ins Spiel. Die müssen wir nämlich da reinstecken, dieses kleine Loch. Ein bisschen drücken und der SIM-Kartenhalter kommt zum Vorschein. Bei diesem SIM-Kartenhalter kann man neben der SIM-Karte auch eine zweite SIM-Karte einlegen, beziehungsweise eine Micro SD-Karte. So, da muss man sich mich entscheiden später. Wir fangen mal an mit der SIM-Karte, mit der Haupt-SIM-Karte, die ja wahrscheinlich in jedem Fall reinkommt über euch. So, fehlende Ecke auf fehlende Ecke. Man kann die SIM-Karte auch hier nicht anders einlegen. Durch die fehlende Ecke auf fehlende Ecke und die Kontakte der SIM-Karte sind ganz unten. Wenn man dann möchte, könnte man, wie ich schon angedeutet habe, eine zweite SIM-Karte einlegen. Falls ja, kommt die hier ganz nach hinten. So, dann auch fehlende Ecke auf fehlende Ecke. Und auch hier sind die Kontakte ganz unten. So, wenn man eine Micro SD-Karte zusätzlich einlegen möchte, muss man sich tatsächlich entscheiden, ob man eine zweite SIM-Karte haben möchte oder eben diese Micro SD-Karte. Das heißt, in meinem Fall müsste ich jetzt hier die zweite SIM-Karte rausnehmen, weil ich brauche Platz für die SD-Karte, um den Speicher zu erweitern. Im Falle der Micro SD-Karte sehe das Ganze dann so aus hier. Und die Kontakte sind auch hier ganz unten. Okay. Dann, wenn ihr fertig seid, schiebt ihr euer Konstrukt hier einfach zurück ins Telefon. Schön zu machen. So ganz zu kriegt man das übrigens nicht. Also bei mir steht das hier immer ein bisschen über. Also da nicht wundern. Funktioniert aber trotzdem alles wunderbar. Und das war es auch schon. Und als letzten Schritt würde ich euch empfehlen, das Telefon natürlich wieder in die Schutzhülle zu packen. Dafür einfach das mit der einen Seite komplett schon mal reinlegen und dann einfach mit der anderen Seite einfach nur rein drücken. Und dann ist es komplett geschützt. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video die Frage beantworten. Und ja, wenn ihr möchtet, ihr könnt mir gerne einen netten Kommentar hinterlassen oder auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Das ist eine große Unterstützung für meine Videos. Vielen Dank. Und ja, ich habe noch ein paar andere Videos vorbereitet, wenn ihr da auch noch mal schauen möchtet. Oder ihr könnt euch auch gerne abonnieren. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.